Moin ihr Nichtschwimmer! Heute gibt es mal wieder ein schönes Video und zwar, es gab heute ein Update und zwar wurde auch endlich gefixt, dass man, Moment, ich zeig das erstmal ganz kurz hier, zum Beispiel beim Centauro konnte man, obwohl man es freigespielt hatte, den Skin nicht anlegen und dasselbe galt auch für die anderen Fahrzeuge, T90 und auch den Warrior. Ja, das wurde jetzt aber geregelt und ich kann sie jetzt endlich anlegen und ich hatte mir gedacht, dann mache ich jetzt einfach mal kurz ein kleines Vorstellungsvideo dazu, wo es dann jetzt eigentlich nur um diese drei Skins geht. Ich werde die einmal kurz zeigen, wie man da hinkommt auch. Jo, das ist der Plan. Oh ja, und eins vorweg, ich habe vor einiger Zeit ja vermutet gehabt, worauf wollte ich hinaus? Bestand und Booster. Es gibt ja diese Schlachtmünzen Booster und die sind ja, wie man sieht, für den Premium Slot auch frei. Und da hat mein kleines Gehirn mir dann wohl irgendwie gesagt, das ist ja geil, dann kann man ja zwei auf einmal reinpacken. Habe ich probiert, gilt gar nicht. Man kann immer nur einen Booster gleichzeitig drin haben, aber man kann ihn eben passend zum anderen Booster, was weiß ich hier, Schlacht fällt rum, boost Gold oder was weiß ich, im normalen Slot umsonst. Und dann halt den Schlachtmünzen Booster in den Premium Slot, aber auch ohne Münzen zahlen zu müssen. Also das ist die richtige Geschichte. Ich hatte es anders vermutet, aber schade eigentlich. Ich wollte, das wäre ein richtig toller Boost gewesen. Nichtsdestotrotz, jetzt kommen wir erstmal zu dem, worum es geht. Und zwar, ich trinke mal einen Schluck. Prost. Oh, war lecker. Wir haben hier diese drei Missionen. Ich gehe mal eben auf diese. Die erste heißt Geschwindigkeit. Und da gewinnt man den Skin für den Centauru 105. Einführung. Ja, dann haben wir die Mission. Und zwar die erste Mission wäre zum Beispiel Zerstörer als erster, ein Spielervahrzeug oder drei Botfahrzeuge in einem einzigen Kampf. So, Geschenk. Also das sollte eigentlich jeder schaffen. Dann schneller Speer. Gib Spee-Info an Verbündete weiter, die zu 25.000 Schaden im PvE oder 5.000 Schaden im PvP in Bewegung führt. Joa, auch gar nicht mal so wild. Geht man halt ein bisschen sporten und das passt. Schafft man sogar meistens mit einem MBT, wo man ja eh vorne steht. Dann das nächste war, zerstöre 150 Feinde im PvE oder 15 Feinde im PvP bei mehr als 16 kmh. Joa ist auch geschenkt, ne? Müssen fahren und schießen. Dann aus allen Rohren. Zerstöre zwei Spielervahrzeuge oder fünf Botfahrzeuge bei einer Fahrgeschwindigkeit von mehr als 32 kmh. Auch noch relativ einfach. Also, äh, sollte man hinkriegen. Dann, Turboschießen. Verursache 250.000 Schaden bei mindestens 32 kmh. Spielervahrzeuge erhalten fünffachen Schaden. Ist eigentlich dasselbe. Fahren und ballern, fahren und ballern. Hm, da bietet sich ja alles, was eine Autokanone hat, an, um wirklich rauszurotzen. Aber so oder so, das ist eigentlich auch mit jedem Fahrzeug irgendwie machbar. Also, auch kein Problem. Und die letzte Option war hier, äh, nicht Option, sondern Mission. Zerstören einen Kampf ein Spielervahrzeug oder drei Bots bei einer Fahrgeschwindigkeit von mindestens 80 kmh. Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger, ne? Weil 80 kmh ist nicht wenig und dann auch richtig treffen. Aber auch, denke ich mal, ähm, also ich hab's ja auch relativ schnell auf Anhieb geschafft. Auf jeden Fall machbar. Und vielleicht sogar eher im PvP oder Globs, weil's da eben halt wirklich nur, Moment, drei Bots oder ein Spielervahrzeug. Ja, wenn man da wirklich nur einen abknallen muss, das passt eigentlich ganz gut. So, jetzt muss ich eben kurz gucken. Dann gehen wir jetzt erstmal diese Missionsreihe zum richtigen Fahrzeug. Na, ne, war schon viel zu weit unten, war doch Quatsch. Blind ist er auch. Da haben wir ihn doch. Und ich hab mir gedacht, ähm, ich zeig den gleich einfach mal im Testgelände. Dann kann man den ein bisschen besser beleuchtet sehen von allen Seiten. Jo, das werd ich jetzt als nächstes machen. Sehen wir uns gleich da wieder. Moin. So, da haben wir das gute Stück. Ich suche ihn jetzt einfach mal ein bisschen ran und dann gucken wir uns den mal gemeinsam an hier. Das war zu dicht. Ah, das ist wieder zu weit. Aber wird schon irgendwie gehen. Einmal Rundumblick. Ich find das mit dem Teppich sehr geil. Ah, ist schwer zu zeigen, ne? Ja, so geht's aber. Sogar der Ausschnitt da, wo der Handgriff ist, für die Luke oder was das ist. He, find ich ganz lustig. Ja, die haben auch alle ein Fähnchen mit dran, egal ob man das Flaggenpeacher hat oder nicht. Find ich auch sehr nett. Ziemlich dunkel von dieser Seite. Ich nehm mal die andere Seite. Ja, auf der Seite, wie bei allen Skins von der Art. Und we are everywhere. Und auch hier so die kleinen Details. Ein Helm. Ein Rucksack hängt an der Seite. Find ich wirklich stark. Vorne so die Sandsäcke. Das ist echt doof zu zeigen. Das hab ich mir anders vorgestellt. Dann links und rechts vorne noch die, äh, na wie heißt, Gasmasken mit drauf. Find ich auch ziemlich cool. Das ist so richtig etwas, was mir persönlich gut gefällt. Die meisten wissen ja auch, mir gefallen auch die Nomad-Skins ganz furchtbar gut. Aber das hier toppt die sogar noch, finde ich. Das hat so, ja, obwohl es mehr Details hat eben. Find ich echt lecker. Ja, den Panzer hab ich mir extra dafür erspielt. Den hatte ich noch gar nicht, weil das gar nicht so meine Welt ist. Ist eben ein Radpanzer. Wir drehen die mal um, dass wir die andere Seite auch mal ins Sonnenlicht kriegen. Ja, da kann man nämlich auch noch, Moment. Moment, ja, ist doof zu gucken, aber wir schauen mal. Ja, so geht's. Hm, hier auch nochmal Helme, Rucksäcke, ein bisschen Stacheldraht. Oder was hängt an der Seite? Ja, Stacheldraht. Also finde ich wirklich gelungen. Und, ach ja, richtig, das Wichtigste. Hinten auf der Ecke, hier. Und auf der Seite auch. Da sieht man es gerade nicht so gut, aber ist dasselbe. Schöne Weinflaschenhalter. Also, wenn das mal nichts ist. Braucht man eigentlich nur noch einen Bierdosenhalter zusätzlich, ne? Hm, also schöne Details, gefällt mir gut. Oben drauf noch, was ist das? Erste-Hilfe-Kasten, sieht aus wie ein Benzintank. Ist ja wurscht. Gut, wir sehen uns gleich, äh, wieder zum nächsten Skin. So, da ist er wieder. Die nächste Missionsreihe wäre hier, Freiheit. Gehen wir mal drauf, scrollen wir mal hoch. Da haben wir die erste Mission. Erspiele in einen Kampf, drei Spielerfahrzeuge oder zehn Botfahrzeuge, während du einen Leichtpanzer fährst. Hm, ups, ist geschenkt. Also, das kriegt man ja hin, ohne wirklich was dafür zu tun. Einfach nach vorne fahren, bisschen, und dann hat man es meistens schon. Man muss natürlich auch der Erste sein, der die, äh, Fahrzeuge spottet. Also, in dem Fall ruhig schnell ein bisschen vorfahren. Kann nicht schaden. Das nächste ist Spionage. Moment, ich drück noch mal einen Schluck. Ach, furchtbar, wenn man einen trockenen Hals hat. Bäh. Und das Wasser schmeckt auch plörig hier. Gidigidigit. Wo war mal Spionage? Gib Spä-Info an Verbündete weiter, die zu 25.000 Schaden im PvE. Oder 5.000 im PvP führt, im Leichtpanzer. Ist auch nicht das Schwierigste. Mischen, sporten und hoffen, dass die anderen treffen. Dann, erfahrender Krieger. Zerstöre 150 Feinde im PvE oder 15 Feinde im PvP. Gilt natürlich auch für Globs, ne, PvP ist hier übergreifend gemeint. Fahre dabei einen Leichtpanzer. So. Auch easy. Den Ein- oder Abschuss kriegt man ja immer irgendwie hin. Also relativ schnell gemacht. Und auch 150 Feinde sind ja im PvE auch nicht viel, ne. Da sind 3, 4, 5 Runden, dann hat man das drin, ne. Und beim Globs würde ich auch mal sagen, wenn man halbwegs gut ist, 2, 3 Runden, wenn man nicht gut trifft, dann halt 5, 6 Runden. Aber das ist auch relativ einfach zu machen. Das nächste war furchtlos. Zerstöre in einem Leichtpanzer, 2 Spieler oder 5 Bots durch Rammen in einem einzigen Kampf. Tja, und dann noch in den ersten 3 Minuten. Ich muss zugeben, die habe ich übersprungen. Da hatte ich keine Nerven für. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber das war mir echt zu blöd. Gerade mit einem Leichtpanzer-Rammen, das ist ja... Ja gut, wenn man noch was anderes Leichtes trifft, dann geht es vielleicht. Aber in einer Runde und... Ne, das war mir zu blöd. Habe ich übersprungen. Sei mir erlaubt. So, dann als nächstes Blutlust. Bei Ursache 250.000 Schaden, fahre ein Leichtpanzer. Schaden an Spielerfahrzeugen wird verfünffacht. Jo, einfach ballern, ballern, ballern. Im Idealfall, dann geht man auch am besten in Globs. Die Runden sind lang, die Leute respawnen und man kann einfach draufhalten. Geht schnell. Und da es ja eben verfünffacht wird, hat man ja auch relativ schnell die Punkte zusammen, wenn man es eben im DVP-Bereich macht. Also auch einfach zu schaffen. Dann Liquidator. Zerstöre in einem Leichtpanzer drei Spieler oder 15 Bots in einem einzigen Kampf und füge den höchsten Schaden pro Kill zu. Das heißt, angenommen ein Fahrzeug hat jetzt genau 1000 Hitpoints, dann musst du ihn auf jeden Fall mindestens 501 Schaden gemacht haben. Also den meisten Schaden. Und ihn auch gekillt haben. Ist manchmal nicht so leicht, aber habe ich tatsächlich durch Zufall hingekriegt. Ich bin einfach ein bisschen mit dem Leichtpanzer gefahren und irgendwann war es dann soweit. Also kann man direkt drauf spielen oder halt den Zufall entscheiden lassen. Man hat ja auch genug Zeit. Ja und dafür bekommt man dann den Warrior Skin. Und den zeige ich euch jetzt gleich auf dem Testgelände. Da sehen wir uns wieder. So, halt Stopp, Planänderung. Ich werde das doch nicht im Testcenter machen, weil man es hier einfach besser zeigen kann. Man kann besser ranzoomen und alles drehen. Ja, da haben wir den Warrior Skin. Warrior, Warrior. Ich kann das nicht aussprechen. Dann sagen wir Warrior. Nein. Und hier auch schöne Details eben mit den Rucksäcken, die da hängen. Der Spruch, and we are everywhere. Ist schon ziemlich cool. Das Fähnchen oben dran. Hier vorne auch wieder Helme. Rucksäcke. Stacheldraht und die Gasmasken. Sandsäcke. Also ist schon ziemlich cool. Ach, das Emblem habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Nett, nett, nett. Ja, auf dieser Seite ist zwar jetzt ein bisschen schattig, aber man sieht es ja eigentlich auch hier schön dekoriert mit Stacheldraht und den Ausrüstungsgegenständen. Und oben drauf wieder der Teppich. Das finde ich so eine geile Idee. Hier einfach mal so ein Flocati auf den Panzer legen. Das ist schon ziemlich cool. Ja, das Fähnchen ist hier auch dran. Der Raketenwerfer. Milan-System. Haben sie in grün belassen. Kann man machen. Also auch hier gilt, gefällt mir richtig gut. Sieht geil aus und hat sehr schöne Details. Also solche Skins dürfen ruhig öfters kommen. Also vom Detailgrad her. Nicht nur thematisch, sondern allgemein. So fein ausgearbeitete Sachen. Das gefällt mir gut. Guti. Haben wir auch gesehen. Dann geht es gleich weiter mit der dritten Missionsreihe. Jo, hollerö. Ähm, die dritte Reihe wäre Kampf. Schauen wir uns auch mal an. Im Hochscrollen. Die erste Mission davon ist Zerstöre in einem Kampf ein Spielervahrzeug oder fünf Botfahrzeuge aus einer Entfernung von unter 150 Metern. Jo, ist auch relativ easy halt. Kampfpanzer ist man eh vorne, dann passt das so oder so. Spielt sich von alleine die Mission. Frontlinie. Gib späten Fuß weiter, die zu 25.000 Schaden aus maximal 150 Meter Entfernung führt. Spieler erhalten fünffachen Schaden. Jo, auch relativ einfach, wenn man normal spielt. Das passt automatisch irgendwie. Das geht von alleine, ohne dass man sich groß drauf konzentrieren muss. Close Combat Ace. Zerstöre 150 Feinde im PvE oder 15 Feinde im PvP aus maximal 150 Meter Entfernung. Jo, dasselbe. Einfach spielen und dann passt das schon. Am besten eben MBT, dann ist man ja weit vorne. Sollte für keinen wirklich problemlos sein. Äh, sollte für alle problemlos sein, so wollte ich sagen. Oder für keinen ein Problem. Kann man sehen, wie man will. Urteilt selbst. Ha. Firestarter. Setze in einen Kampf zwei Spielerfahrzeuge oder fünf Botfahrzeuge aus einer Entfernung von unter 150 Metern Brand. An dieser Mission habe ich mir die Zähne ausgebissen. Ich hatte den Sanat drin, auf allen möglichen Fahrzeugen, die irgendwie was mit Feuerentfachen zu tun haben. Und ich habe es nicht einmal hingekriegt. Sonst klappt das immer, aber wenn man es braucht, geht es nicht. Sag ich auch ganz ehrlich, ich war irgendwann genervt und habe es übersprungen. Aber eigentlich sollte es auch, ähm, möglich sein. Ich hatte einfach nur Pech, schätze ich mal. So, dann geht es weiter mit Zerstörer. Prost. Alter, wenn der Sommer nicht bald aufhört, dann wandere ich aus, eh. Zerstörer. Beursache 250.000 Schaden aus maximal 150 Meter Entfernung. Spielerfahrzeuge erhalten fünffachen Schaden. Ja, auch hier gilt, äh, spiel einfach ein MBT und das läuft von alleine. Also da muss man nicht viel für tun. Spielt sich echt von allein. Und die letzte Mission ist... Gerader Schlag. Füge einen Spieler oder drei Bots in einem Kampf maximal den Schaden zu und zerstöre sie durch die Rammen. Hat bei mir ein bisschen gedauert, aber ging relativ schnell. Ich überlege gerade, ich glaube, ich hatte das mit dem, äh, M1A1 Storm gemacht, wegen den erhöhten Rammschaden. Bin einfach auf Leute losgejagt, hab, äh, im Faden geschossen und bin zum Schluss reingerast in der Hoffnung, dass das reicht. Und das hat dann eigentlich ganz schnell geklappt. Also, war keine große Aktion. Und da haben wir eben auch schon einen Unterschied. Die Missionen sind alle machbar. Wenn ich da an den letzten Battle Pass denke, huiuiui, war das ein Käse. Die waren schwer, die waren unnötig, die waren in Spielmodi, wo man nicht spielen wollte. Man wurde gezwungen, eben Sachen zu machen, die man nicht will. Und haben auch das komplette Teamplay zerstört gehabt. Und daher muss ich hier ganz ehrlich sagen, äh, super. Also, das haben sie gut gemacht. Für jeden erschwinglich, für jeden zu machen, ohne große Probleme. Ja, und dann gibt's ja hier noch diese Wahnsinnssache für die neue Kommandantin. Das werde ich mal separat behandeln. Ich weiß echt noch nicht, ob ich mir die hole. Ich mag die nicht. Für mich ist das eine Schummeltussi. Ey, wenn die ihr Panzer da heile zaubert und ein Schild ausruft, wir sind ja nicht bei Star Wars, ne? Also, äh, nee. Lassen wir da jetzt erstmal weg. Und ich hab meiner noch eins vergessen. Dann, man braucht ja, ich geh nochmal aufs Profil, um sich diese drei, äh, Dinger freizuschalten, die sind nicht alle frei von Anfang an, muss man sich Tickets erspielen. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Einmal ganz zurück, bitte. So, beim ersten Einstieg hat man schon ein Ticket. Das heißt, man kann von Anfang an direkt, äh, eine Missionsreihe freischalten. Welche ist einem selbst überlassen? Kann man machen, wie man will. Dann, auf Rang sieben. Hier unten steigt man auch noch mit wenig, äh, relativ wenig Münzen auf. Also, da muss man nicht diese vollen 3300 latzen. Das ist schnell gemacht. Kommt man schnell durch. Auf sieben gibt's das zweite Ticket. Und auf zwölf? Ja, auf zwölf war's. Das dritte Ticket, womit man dann eben die dritte Reihe freischalten kann. Ja, auf zehn gab's ja schon den Ontos. Den hab ich ja schon mal gezeigt. Die olle Knutschkugel. Mann, ist das Ding merkwürdig. Mh. Ja, Text vergessen, ne? Scheiße. Also, Tickets hab ich euch gezeigt. Hehe. Äh, richtig. Und dann nur noch zur Information. Ich geh nochmal auf die Missionen. Und diese Wahnsinns-Missionen sind auch erst freigeschaltet, wenn die drei fertig sind. Vorher braucht man hier gar nicht anfangen. Aber wie gesagt, das mal in einem separaten Thema. Ich mag die alte nicht. Bäh. Heh. So, und jetzt kommen wir zu dem, was ich noch zeigen wollte. Und zwar der dritte Skin. Ja, das ist doch fein. Wie doof kann ein Panzer gucken, oder? Da fehlen nur noch Augenbrauen. Naja, nicht schlecht. So, gucken wir uns auch mal an. Den musste ich mir auch erspielen. Den hatte ich auch noch gar nicht. Mir fehlen noch so viele Panzer, eh. So, ja. Die Dekomaterialien sind so ziemlich dieselben. Üben die Rucksäcke, Stacheldraithelme. Der Spruch in We Are Everywhere. Das Fähnchen oben. Oh, die Flagge sagt man ja. Hier auch vorne wieder. An anderer Stelle die Gasmasken. Oh, Schutzmasken, wie man es nennen will. ABC-Schutzmasken. Ersatzbenzin. Oder Diesel wird es wahrscheinlich eher sein. Also gefällt mir auch richtig gut. Hier hinten der Teppich wieder mit drauf. Finde ich auch super. Das wurde sogar noch gepatcht. Und zwar hatte der gute Designer, der diesen Skin gemacht hat, vergessen den Teppich auszuschneiden. Und hat die Motorbelüftung oder Entlüftung, was das ist, dicht gemacht. Das geht ja nicht. Das kann ja nicht fahren, ne. Das überhitzt ja. Auf jeden Fall wurde es extra gepatcht mit den Ausschnitten für die Entlüftung. Fand ich super. Ich meine, es hat ja auch absolut keinen Unterschied gemacht für das Spiel, ob es jetzt dicht gewesen ist. Aber ich finde solche Details, also, das ist cool. Da freue ich mich auch drüber. Das ist echt lustig. Ja, hier oben auf dem Stängeln auch noch eine Maske. Finde ich richtig schön. Die können sich echt sehen lassen. Gut. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn ihr euch die Sachen noch erspielen müsst. Oder wenn ihr sie schon habt, wünsche ich viel Spaß damit, sie zu benutzen. Jetzt, wo der Bug gefixt ist, können ja auch die Leute, die es vorher nicht konnten, endlich die Skins draufknallen. Und das ist super. Jo, dann bis zum nächsten Mal und haut rein, ne. Moin. Jo, dann bis zum nächsten Mal.